hallo ist martin von meinen bank ist das die dax analyse für freitag den 25 november 2022 und unser dax hat jetzt hier unsere pony hat mal flügel bekommen ist jetzt mal drüber gekommen über die oberen barrieren muss aber sagen so richtig schmeckt mir das noch nicht gucken machen müssen aber festhalten technisch betrachtet 1 also da gibt es eigentlich nichts zu meckern außer vielleicht ein komisches bauchgefühl dass es vielleicht doch wieder bloß eine bärische verkeilung wird ist aber grundsätzlich so auch wenn ihr das mal habt mit dem meisten haben sie eher mit nachrichten ich habe es auch so mit wenn zum beispiel sentiment stimmt in bestimmte leute von denen ich weiß dass sie oft falsch liegen sehr überzeugt von einer bestimmten richtung sind zum beispiel dann bin ich immer so jemand der da sehr viel wert auf so eine kontraindikation letztendlich legt das heißt ich gucke da sehr genau und wenn ich merke okay der eine wo ich weiß da hat eigentlich nie recht wenn er sich sehr sicher ist und er ist ich gerade sehr sicher und er sieht es in die richtung dann weiß ich mich okay ein bisschen vorsichtig passt ein bisschen auf handelt dann halt einfach in dem moment nicht wurde ich stelle mich aber nicht gegen den markt und das ist ganz 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 wichtig das heißt wenn man irgendwas sieht und man sagte er die nachrichten das muss doch eigentlich tiefer sein und der markt macht aber was anderes dann ist das wie wenn wir eine analyse machen und er läuft nicht in der analyse dann dann halte ich mich mit trades einfach zurück dann passe ich ab oder warte und schaue wie verhält sich der markt wie bewegt er sich komme ich gleich zu späterem zeitpunkt besser rein wenn dann die signaljacke sich wieder mit meinem gefühl meiner meinung oder meinem eindruck von nachrichten deckt also das kann ich grundsätzlich nur allen ans herz legen nicht gegen den markt an kämpfen halt und hier müssen wir ganz klar sagen der markt ist jetzt erstmal ausgebrochen oben aus der wendig definitiv und er hat von oben kommt sogar das bestätigt einmal das nicht ganz das nicht ganz formschön gewesen als 490 gedreht das wird sich einige geirrt haben die da auf einen long weil 480 gewartet haben aber genau deswegen ist er halt vorher gedreht hat damit baut ein bisschen mehr druck nach oben hin auf aber den hat man dann auch nicht wirklich gesehen das ist einfach stehen geblieben für den us feiertag aber dennoch eine gute leistung müssen wir so anerkennend einfach sagen so jetzt haben wir verschiedene szenarien die können wir einfach kurz durch sprechen szenario eins ist wir haben einen super ausbruch der ist technisch stabil und der dax läuft weiter dann würde unser dax weitere hochs stellen und höhere tiefs stellen das ist ganz ganz wichtig haben wir auch in unserem letzten update noch mal für die premium dienste geschrieben wenn er jetzt nicht den ausbruch negiert dann wird er jetzt höhere hochs höherer tiefs bringen ja das heißt wird ein aufwärtstrend wieder etablieren oder fortsetzen vielleicht sogar auf beschleunigen vielleicht noch mal neun shorts reinsetzen ähnlich nicht so wie das hier war aber so in die richtung kann das durchaus noch mal werden dass er einfach nach oben hin spuckt halt na und die die shorts alle raushaut bevor sich dann im dezember wieder einen rückwärtsgang begibt aber theoretisch praktisch sollte man jetzt bei jedem höheren tief was wieder nach oben auftritt sofort hellhörig sein und mit neuen hochs rechnen richtung 600 rechnen richtung 800 rechnen wir haben unsere lisa zum beispiel heute erst mal long zurückgehalten gehabt ja wenn wir gesagt haben naja ist gerade so an die nächste marke ran sind relativ viele auch long gestimmt sentiment passt nicht so ganz lassen wir mal noch zurück den langen geben wir noch nicht auf ausbruchs lang und hat auch war ganz gut den hättest uns weggeräumt nach unten draußen stop loss von daher hat das gut gepasst aber die signallinie hat klar gesagt sie will long und würde das jetzt zum dienstag zum freitag auch so sein ich kann dann nicht mehr sperren also ich da gibt es keinen grund mehr das heißt ich müsste mich dann dem fügen und dann mitgehen mit dem markt gehen mit der bewegung mitgehen blöd wäre natürlich wenn es dann wenn es dann genau zu dem zeitpunkt wo wir unseren täglichen trade absetzen bei 600 steht da würde ich noch mal drüber nachdenken aber wahrscheinlich müsste ich dann auch dann freigeben es gibt kein argument was dann dagegen spricht das heißt wie wir ihr und so weiter müssten jetzt einfach wenn wir sehen höhere hochs höhere t ist mit der bewegung noch mitgehen und die kann noch gehen bis 14 600 die kann auch gehen bis 14 800 und darüber ist die welt nicht zu ende geht es weiter ja also nicht denken bloß weil ich hier im chartfenster hier bloß bis hier oben hier ist oben so eine linie die müsste ich mal wegradieren deswegen ziehst du immer bloß hier hoch aber man kann auch weiter steigen ja also wenn der gut wenn der sich gut schlägt wenn er sich gut macht ist das definitiv möglich das ist das bullische szenario wie erkennen wir das bullische szenario erkennt das bullische szenario wenn wir neue hoch neue wochen hochs kriegen am freitag wenn wir nicht das amt nachmittagstief hier unterschreiten bei 94 dann 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 sind wir noch im bullischen szenario kriegte uns aber nächstes neues hoch direkt nach unten weg fette rote stundenkerze und er läuft dann hier drunter dann könnten wir einen bärische szenario umsteigen was dann wäre eine bärische verkeilung hier in dem bereich die haben wir in den letzten wochen monaten öfter gesehen man muss aber sagen sie sind wirklich immer nach unten aufgelöst das erinnert euch dass wir auch eine bärische verkeiler und die ist nicht genommen gekommen aber dennoch ist es ein bärisches muster was natürlich nach unten ordentlich zunder entfalten kann allerdings muss man es auch abgrenzen wo wäre das ziel wenn diese bärische verkeilung dann dynamisch nach unten gelöst wird wenn zum beispiel die amerikaner am freitag kommen und sagen alter was los hier alter warum kauft ihr den hoch kick doch runter das ding und dann steht das bei 14.100 14.200 das wäre ziel hier die trendlinie wahrscheinlich von der übergeordneten alten größeren verkeilung das wäre dann wahrscheinlich das ziel das wird das anlaufen also im bereich zwischen 14.200 und 14.100 wenn der stoßfug macht passiert aber nicht vor 490 das heißt man braucht sich oberhalb von 490 nicht zu viel hoffnung machen dass das jetzt hier bärische verkeilung wird in der nach unten weg platzt aber wenn ihr seht naja und das ist ja immer unsere analyse wir stellen immer verschiedene szenarien auf damit ihrem tag einfach vorbereitet sein das heißt wenn ihr seht die 490 bricht nach unten wird ich persönlich bin ich lange drin wäre kurz einfach rausnehmen kurz raus wenn dann keine dynamik nach kommt und der markt bricht jetzt nicht zusammen so wie es erwartet ist kann ich immer wieder die longposition wieder reinnehmen aber das risiko wäre mir dann einfach zu hoch zu sagen ach kommt es jetzt nicht aus alter was juckt es mich weil dann ballert er mir dynamisch nach unten steht bei 14.100 ich bin noch lange bei 14.500 und habe auf 600 spekuliert ja und dann stehe ich hier unten und dann wenn der hier unten steht was wird in der nächsten analyse erzählt werden ja wenn die 14.100 fällt fällen wir auf 13.700 so und dann wird es unangenehm für so eine position deswegen würde ich persönlich sie einfach früh gleich weg also früher gleich im kleinen minus erledigen und damit sie mir später nicht zum ärgernis wird und das glaube ich ist was was viele öfters mal machen sollten die setzen viel zu lange immer irgendwelche scheiße aus und dann wird die scheiße irgendwann so groß dass sie ein komplett handlungsunfähig macht und dann gibt es leute die setzen wir ein halbes jahr vor dem chart gucken jeden tag drauf und hoffen dass irgendwie der markt wieder zu ihrer position zurück kommt das ist zeitverschwendung das ist brutal zeitverschwendung ohne ende halt also da muss man ein bisschen aufpassen deswegen wäre für mich einfach die kante unter 490 würde ich ein bisschen aufpassen natürlich müssen wir ganz klar dazu sagen ist der bereich um 480 für 50 nochmals support das heißt der kann dann auch von 480 für 50 richtig straff nach oben gehen aber ich persönlich muss vielleicht so handhaben wenn ich 94 ausstieg wähler und ich sehe 450 und der baller direkt wieder nach oben das ist dann wieder mein lang zurücknehmen wörter mit stop loss unter der 450 dann zum beispiel ja und dort dann aber auch das dann sein lassen wird erstmal also ich würde unter 450 erstmal lang zurückstellen weil wir dann wahrscheinlich in einer bärischen verkeilung der auflösung werden und die eben kostet 14.200 14.100 hätte ja aber das muss mindestens eine 94 nach unten unterbieten seht ihr das nicht dann im zweifel für den angeklagten und das ist aufwärts hier in dem moment ja also immer in diesen vendant szenarien denken ich weiß es fällt vielen schwer gerade die die ganz neu dabei sind und die haben da schon ihre schwierigkeiten immer mit das merkt man immer ganz ganz deutlich aber wenn man es einmal gerafft hat macht das trading wesentlich leichter ja gut ok freunde dann machen wir jetzt so wünsche ich euch schon mal ein schönes wochenende die webinar leute als die prämie dienst sollte wir machen webinar schon am freitag jetzt spät am abend 20 30 22 30 aber wer nicht da sein kann und dabei sein kann der kann sich dann am samstag früh schon die aufzeichnung angucken müsste dann nicht so lange warten es geht bloß das wochenende bei uns nicht anders wir kriegen das nicht übereinander und wir müssen uns aber jetzt am wochenende noch mal zusammensetzen denn wenn wir uns zurück erinnern ans letzte webinar vor zwei wochen müssen wir jetzt hier was besprechen also ich wünsche euch was und wir hören uns am sonntag wieder für das video zum montag und die die mit dabei sind am webinar am freitag abend bis dahin tschüss